Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Part Benju Kasui. Es ist schon länger her, dass ich Benju Kasui gebracht habe und ich weiß noch nicht mehr, was jetzt hier so genau passiert ist. Und, alter, ist mir fern sehr laut. Ich muss ihn gerade mal ein bisschen leiser stellen, gucken, passt das vom Sound. So, wenn ich jetzt rede, ja, eigentlich. Ähm, und ich weiß auch nicht, was es hier genau geht, was ich jetzt so hier noch machen muss. Äh, und, ja, das gucken wir jetzt einfach mal. Eigen. Wattels. Dieser Supersprung wird euch in eine neue Dimension entführen. Nimm Kasui in die Hand. Ich habe... Ich bin so müde. Keine Sorge. Der feuchte Truthahn ist an der Reihe. Stelle dich auf eine grüne Sprungplatte und halte den A-Knopf gedrückt. Machst nicht den Frischstein-Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Ehre, Bottles. Ok. Ok. ja keine ahnung wie ich da hochkomme eigentlich gehen auch so die nächsten part so um erforschen blablabla naja wir lassen den krebs einfach mal weil vielleicht können wir ja noch gebrauchen erleben oder so ich bin eine rote feder wenn kazooie das fliegen gelernt hat werde ich ihr dabei behilflich sein junger ich bin so gut ich konnte das sein sogar schon lesen ja ich habe echt lange kein weg so viel mehr gemacht aber ich habe jetzt gerade bock alles wieder du bist du komm her du muschel ich mein es ernst ich hole mir eben kurz keine ahnung ob wir den hallo mal besiegen können jeden fall weiß ich es nicht ich bin ein killer was so eine scheiße läuft überhaupt die aufnahme ja gut und ich bin eigentlich sehr froh dass banjo kazooie in smashes wenn ich das mal anmerken darf ich habe keinen bock jetzt auf den hail aber hier ist ja es ist bei der stelle kein hail ich hasse die musik bei dem hail ich hasse die echt ich hasse die also die musik hasse ich wirklich die musik Das ist eine Flugplatte, ihr müsst aber erst meinen Hügel finden und erfahren, wie das Ganze funktioniert. Nicht sein scheiß Ernst. Nein. Nein. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich mag die. Mombo, 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 Mombo wurde nicht... Da ist doch Mombo, oder? Bei dem wird doch nicht gezeigt... Der wird doch nicht gezeigt im Bench-Kiss-Ruys-Smash-Trailer, oder? Bin mir grad nicht so sicher. Also als Spinne wär's einfacher. Und das nur für ein Puzzleteil. Mann. Nein. Ich will ja nicht Johnny sein. Benjo. Benjo. Nimm doch das verfickte Puzzleteil. Benjo. Nimm das perfekte Puzzleteil. Sorry, dass ich nicht schreien kann, meine Eltern. Benjo. 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 Na endlich. Das ist ja Massenpanik hier. Meine Fresse. Geil. Du du. Ich dachte grad passiert was, aber nein. Geht's einfach mal hier runter? Nein. Ich muss da hier runter. Tut mir leid. Wir sind kurze Fick dich So Wir brauchen die Kazooie-Feder Schwimmen, schwimmen Oh, Mombo-Kopf Den brauchen wir Na komm, wir müssen ja mal Luft Holen Ich komm, oh komm Ich komm, oh komm Oh, Fick dich Das ist aber echt nicht nett Warte mal, war da unten jetzt noch was? Nein, von da komm ich ja Komm ich hier nicht Irgendwie her Ja, komm ich Ich komm noch da her Nein Da winkt mich ja Da winkt ja jemand Gut, dann geh wir mal zu dir Äh, wir haben 28 Noten Äh, 14 Federn Statistiken 28 davon Eine von 10 Puzzleteilen Zwei davon Okay Komm ich da jetzt nicht mehr hoch? Uuuh Oh mein Gott, wird's ja eng. Nein! Fuck. Junge, was war's denn für ein Scheiß? Ich wird's halt echt immer enger. Junge, geh ich mal noch mal. Ich weiß ja gerade gar nicht mehr, wo wir sind. Oh, weh! Oh, weh! Oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Da oben geht's nämlich auch zum Berg, denke ich. Ich denke jetzt einfach mal. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Ah, nichts. Ich werde hier einfach mal einen kleinen Speichercut setzen. Weil... Weil wir müssen ja nochmal Statistiken... Statistiken sind... Echt wichtig. Und hier haben wir schon mal unsere erste Honigwabe. Oh, das war's für heute. Da muss ich ja gar nicht mehr noch... Also ich freue mich, wenn Banjo-Kazooie irgendwann halt mal ein Remake bekommt. Und wie gesagt, auf Amazon wurde ja mal ein Spiel gelistet. Nach der E3 von Nintendo. Und das ist... Und das wurde direkt auch entfernt. Und das ist halt, finde ich, ein guter Beweis, dass man ein Remake hat. Weil das ist halt nur Banjo-Kazooie-Switch-Arbeitstitel. Und das ist immer so bei den Spielen. Das hat man ja auch mit Trails auf Mana und so auf Amazon hochgeladen. Da haben die einen schönen Fehler gemacht und schön reingeschissen. Und... Hier machen wir wohl beim nächsten Part weiter. Haut rein, Leute. Und ciao. So, ähm, ja. Ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Kakao. Junge, fucking 18 Minuten aufgenommen. So schnell vergeht die Zeit, Alter.